jo leute hier ist wieder ktv entweder eine aufnahme am start denn ja heute ist mein neuer computer gekommen mit shayda spielen wir sogar heute eine bedwars runde mit dabei der janu kuh hallo aber das noch nicht alles wir haben noch ein gast dabei der kilo 202 hallo so wir sehen uns gleich in der runde wieder jo da sind wir wieder endlich in der runde drin nach etlichen versuchen noch aufzunehmen wie zum beispiel hatten wir leute die ganze zeit postband machen und wir kommen dann keine richtige runde machen aber jetzt mal zuerst was war eigentlich überhaupt los wegen dem aufnehmen zu das kann euch natürlich am besten erklären der der vorhin aufgenommen hat ja ich nehme ich mal an ja ich habe zum beispiel jetzt habe ich mal gucken über über 100 fps leute naja was wird schon was heißen und wenn ich dann aufnehmen gleich nichts und so richtig wenig und das ist schon ziemlich schlimm und also bis zu 5 fps und so ich habe das schon richtig eingestellt das habe ich mit einem kumpel geschaut noch so einen den ich über skype kennen und ja ist einfach ziemlich scheiße dass das dann so nicht geklappt hat und ja aber ich sage jetzt mal diese zeit ist vorbei denn endlich mein geburtstag geschenkt geschenkt dass ich eigentlich erst ja mein geburtstag bekommen habe denn ich habe noch nicht geburtstag aber ich habe sein von den eltern aus noch sogar vorhin bekommen und da bin ich ihnen sehr dankbar denn wir können endlich wieder videos bringen wie ihr eben sehen könnt sogar mit shader das also dass das überhaupt geht mit mit shader es läuft sehr gut und wenn sie interessiert oder wer es erkennt hat wie ich spiele mit dem judo play scheder und da war gerade mein hund ja das gewittert bei uns so 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 krass das ist unbeschreiblich und kilos und mein hund und unser hund der hat so angst vom gewitter oder einfach von sachen die blau töne wie der donner denn wenn es interessiert es geht es hat immer so eine situation gegeben da ist ein wohnblock bei uns explodiert und ich war damals in den kindergarten und wir waren da draußen am essen und kann sich ja natürlich jeder vorstellen unser hund so so derbe in schock gekriegt und seitdem hat er auch angst bei uns am feiertag am ersten august ja das erste august das ist der nationale feiertag hast du blöcke dann können wir zu denen über die runde machen eigentlich okay warte kurz der soll zuerst runter kommen pass auf den anderen auf pass auf den anderen auf also der das ist krass ja so können wir hoch zu denen und direkt mal jolo ja ich gebe dir ich gebe dir dann blöcke runter ja mach doch mit hier guck mal kommt teil noch mit dem anderen ich versuche es hat einen gold aber ja das spielt eigentlich keine rolle jetzt einfach eine schnelle runde damit wir das nicht so wie vorhin haben weil vorhin einfach einfach schwul einfach war vorhin scheiße aber klar scheiße der rüstung und sagte gerade ein bisschen grubel bei mir ein gold ich komme ja das ist krass weil hier den was ich auch gesehen habe wir haben so äh Eis in der Mitte und da da gleitest du so schon rüber Alter wenn ich ja meine Schlittschuhe an hätte also kein Problem ne 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 nein wenn ihr äh gerade denkt ich mach kein Eiskunstlauf oder sowas Prozent Prozent ich mache als okay genau und Prozent wohl noch mal so Prozent der Torwart sagt man das also Jürgen Torbjörg Torbjörg Schreiebe Giefer ich kenne keinen anderen Ausdruck das ist auch nicht ja ich kenne keiner mehr als Torwart Logo 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 Disco Pogo ja so ja also gerade so noch so denkt die sind nicht so gesprächig denn wir haben noch recht gerade auch noch sehr recht spät und ich habe für die 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 es interessiert ich habe meine Lehre begonnen und da muss ich sehr viel mit dem mit dem Zug fahren und da bin ich einfach so müde dass das geht nicht mehr und fühle mich auch ein bisschen schlecht was gesundheitlich denn ich werde wahrscheinlich krank darf ich aber nicht denn wir haben am Montag Schule also Gewerbsschule hast du bumm was auch was auch was auch was auch kommen nach hinten kommen nach hinten kommen nach hinten kommen nach hinten ja 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 oh krass hatte mich noch kurz fokussiert ich habe so ich mache ich gehe jetzt einfach doch ich kann mir was ist das für eine Mattis noch vor dies voll genial ja ich bin nicht das ist eine Hölle Himmel wahrscheinlich ist die Landschaft das Volk und ich gucke schnell im Chat klar die Gantt jetzt die Mitte für sich das weiß wenn wir alle nach und ja ich muss gerade ein bisschen laut sein weil es ist gerade Krise wo ich muss zurück es tut uns so leid leute wir sind so müde es kann ja ich weiß nicht nur stehen nicht nur müde ich habe sogar gerade sorgen dass man hier gerade dass die auseinandersetzungen also nicht nicht gewalttätig die Prozent Prozent mit Worten auseinandersetzungen dass man das in der Aufnahme hat das wollen wir natürlich nicht sie habe ich jetzt gerade ein bisschen alles ich habe ein wirklich und es ist gerade ziemlich viel eher ich habe ein getroffen gut Prozent ich gehe mal nach vorne okay ich muss werden Prozent und durch das Problem dass die jetzt die Mitte haben 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 wir jetzt natürlich einen Nachteil boah äh so hoffentlich hört man das jetzt nicht alt alter ich habe gar keinen Feind gesehen der auf mich kam ey ne ne und äh ich hole mir jetzt einfach keine Ahnung boah dicker so hier Mist dann hole ich mir äh dann hole ich mir eine Spitzhacke und dann hole ich mir noch essen so ähm das ist äh äh gerade das ist er eben die noch die erste Aufnahme ist äh äh wir haben da mein Bruder hinzu geholt den Kilo 2902 denn äh wir fanden das irgendwie noch angemessen und schön wenn äh ja fast eigentlich die erste Aufnahme wieder Mann und das äh mit meinem Bruder hab ich ja schätze ich auch sehr sie schreit euch fast wieder die erste Aufnahme dabei sein darf danke sehr schön ja kein Ding äh eben äh was man noch sagen kann dass wir nicht ihr nicht gerade einschlaft äh es werden sehr oder sehr viele also mehr Aufnahmen kommen auch mit Leuten zusammen also wir zum Beispiel mit dem äh mit dem Leon Plays MC wenn wo was hat der kost ich finde so kann man das Spiel nicht spielen auch wenn ich jetzt auch wenn ich vorhin gesagt habe ja kommen wir bei dem die aber ja was willst du denn sonst machen ja es ist es halt so einfach alle ist klar jeder will gold dann wird gibt es eigentlich kein team play mehr jeder welche sich gold haben und äh ja ich mache jetzt die ganze zeit so so jolo rüber ich mache jetzt ich glaube ich habe schon ein bisschen ich habe schon so ich warte jetzt ich warte jetzt einfach bis gold kommt also ich habe kisten ich glaube ich mache mir noch nicht mit der Kenntnis glaube ich mache ich sogar so ist es bis jetzt nach ja was mir gerade noch eingefallen ist äh ich bin ich war gerade die ganze Zeit so um überlegen was von ja besser gesagt von mir so ein fremden Raum geworfen wurde ist das KTV ein eigenes texture pack bekommt äh vielleicht äh wenn ihr wir sagen das schon vorhin bevor jemand sagt du bist ein nachmacher wir finden pixel wolf ein sehr guten youtuber sind beide eigentlich auch fans von dem und finden seine schwerter toll jetzt nicht dass wir sein ganzes texture pack irgendwie kopieren nein nur ruhig wir haben sogar so ein paar ideen aber weitere infos gibt es einfach wenn es da ist man kann ich ich will jetzt nicht da irgendwie sagen ja das wird so und so und so und ja noch davon was hier von was und dann kommt es gar nicht zustande ne fände ich einfach schade ich sag mal es wurde in den raum geworfen und sei gespannt einfach sei gespannt wir werden das natürlich auch wenn wir können zum download freigeben damit ihr auch ktv ktv wir wollen der uns sagen ktv feeling ktv feeling im genau in minecraft habt so ich 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 überhaupt um mit an was Prozent Kisten und er müsste auch sagen wie die er die neue Musik findet die ich lässt Prozent jetzt hinterlegen ist nämlich anders als so richtig nur die die eine genutzt jetzt wird jemand aber ich habe ja auch noch gekriegt was wenigstens das Prozent Prozent sind wir immer noch die mit am Domini und ich glaube gar nicht an mir vorbeigekommen die EU in der dringend heim so keine aber was du wollen ich habe gar nicht die kommen mit dem Mann ich gehe jetzt durch die Mitte und versuchte die alle runter zu werfen ja ich mache jetzt die oder mehr Kilo selbst erst selbst die base so wie eine gute Säfte die base gut so wie kann es sagen dann gut für so und was auch was auch was auch was auch so gemacht hier zum Glück das ist doch aber Nini das Bild so so der hat sonst alter was der hat ein schwer das sind die kommen gerade alles so mit dem rückstoß stock ich glaube ich machen jetzt auch ein das wollen wir sich in den kohlen sie in den jahren ich bin auch so ein rückstoß stoppen ist das durch der ist so witzig hat man schon der rückstoß stoppen hier ist es nicht in den kunden ich habe so das Gefühl dass der jetzt sie ist die Mitte zurück zu haben aber ja habe ich jetzt auch so die Kunde kommen eigentlich gar nicht so Prozent auf Angriff respektive auf unser Bett Gigi das könnte ich wissen nicht auf die Tore drauf an also glaubt was auch so ist wenn ihr schon länger zuschaut bei uns wir oder einfach die die neu eingeschaltet haben wir wollen wir sind nicht solche die sagen wir brauchen einfach ein bogen wir wollen einfach bogen haben die die länger da sind die wissen dass der janucco und ich weil ich nicht so wert kämpfer sind wir sind eher die bogentümen denn wir zocken auch sehr gerne rage mode und das wird auch das wird auch die tage mal kommen denn die haben kein bogen stehen die haben ja kein bogen also wenn russian dann jetzt einfach ja ich bin dabei ich habe den bogen gut komm einfach ich wenn die mal so ich habe das beste ich habe den zweitbesten ich halte die gerade noch so fern der andere geht zurück in die base aus die schnell weg die kommt ja ach du boah alter euch hat ein paar herzen ok probieren es auch du pass auf Mist schade egal komm ich hab wahrscheinlich ziemlich lieber steuern aber okay die kommen jetzt so mit spitzhacken dingens die wollen uns den weg abkappen ja ist ja klar äh ich nehme mir einfach mal einen knüppel knüppel und ein gutes Schwert mach dir doch gerade ein Eisenschwert ne äh Eisenschwert ist natürlich zu teuer ne macht euch kannst du schnell äh macht euch einfach die besten Bögen und ich ein paar Video äh halten die dann zurück kannst du mir so ein Schwert mitbringen bitte äh ich bin gleich direkt bei dir aber der Schildo kann ja dir gleich mal jo jo hast du ne Spitzhacken jo okay warte stimmt noch ne Eisenschmerz äh äh Sneaker einfach spitzhack spitzhack ja sorry Leute wenn wir die äh achte und ihr wollt ihr versucht nicht gerade äh es tut uns leid wenn wir sagen ja wir hast uns euch die Bow Spam aber wie ihr sehen könnt man kommt ohne wo äh gut man kommt einfach ohne Bow Spam nicht weiter geht geh einfach zum Bett geht Junge Junge geht zum Bett ja ich muss jetzt mal ich muss dir alter ich bin in dem Base ich helfe dir ich helfe dir mit oh boah so jetzt wissen wir rüber jetzt ja nicht morgen nicht gleich jetzt 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 die definitiv ja es ist keiner in der Mitte es ist keiner in der Mitte der Typ kommt einfach zurück steigen oh ich bin runtergefallen Mist die sind einfach zu dreht äh auf mich gekommen ne fuck dann muss ich zurück dann muss ich drücken die greift natürlich jetzt an was bist du was bist du hier go äh soll ich mir ein Eisenschwert machen einfach go einfach go einfach go hey Jungs ich mach mir ein Eisenschwert denn ach scheiße das mach ich dir so ich ich bin nicht entdeckt die hat mich nicht gesehen gut ich bin jetzt gut equipped gut dann mach ich lebe nicht mehr lange äh zwei drei eins gut so ich komme jetzt denn sonst haben wir so wieder eine zu lange Folge ist eigentlich ja auch egal denn ich finde es cool aufzunehmen so mit den besten Jungs ne schnell schnell und was man noch an dieser stelle sagen kann ist bitte 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 ich geh jetzt ich hab gutes stuff guten stuff ok was man hier an dieser stelle nochmal kurz noch mal kurz ruhe denn ok baust du ab sind gleich beim wert 0 ich kann die blöcke hier nicht zerstören ich kann die blöcke nicht zerstören es geht nicht mehr ich komme mal ich komme mal ja was ist das ich kann die blöcke warte 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 ich komm ich komm ich komm ich komm ich habe entschwert ne warte warte ich gehe hoch ich mache so hoch und das sind die scheiße ab und ich glaube die alle hier ne die ist das anders die können sich auch keine guten Schwerter machen ja weil sie kann Zeit haben ähm ich komme das macht du die 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 okay das wäre ein bisschen weil wir gebraucht haben und so ja dies das ja ich gucke so endlich und an die 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 das die die und war auch ein 20 minuten folge xxl folge ist egal live jo leute da ist uns leider die aufnahme abgestürzt aber ja ihr habt ihr eigentlich das gameplay gesehen und dann will ich eigentlich nur noch sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch eine positive bewertung da und dann sehen wir uns im nächsten video wieder tschüss bis bis